Diese Kiste sollst du an deinem 14. Geburtstag haben. Sie ist das Einzige, was wir von deiner Mutter noch haben. Wo bin ich hier? Du bist ja auf einer Wiese in Bad Dora. Wo ist denn deine Familie? Ich, ähm, ich habe keine. Aber du könntest doch auch bei uns bleiben. Ist euer Vater dann sehr streng? Er ist ein Tyrann. Eine Fremde? In meinem Haus? Du sollst eine Chance bekommen. Wunderschön. Man kann nie genug Gäste zum Kaffee haben. Und zum Tee auch nicht. Was ist das denn für ein Unsinn hier? Sie ist ein Waisenkind. Aber nicht irgendeins. Und warum ist euer Vater so kalt? Wo ist das kleine Mädchen? Wo ist Anni? Sie hat mir von einem magischen Ort erzählt. Wisst ihr noch die Geschichten, die Vater uns damals erzählt hat? Nein! Ich reise mit der Zeitmaschine dort, wo du bist. Schöpfe von Bedeutung. Untertitelung des ZDF, 2020